Kuppeln, Kirchtürme, Minarette, sie prägen unsere Stadt seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Und das ist nicht nur eine Frage der Architektur. Sie bestimmen die Stadt, sie laden die Menschen ein, zu kommen, zu beten, zu verweilen. Dazu soll nun etwas Neues kommen, das House of One. Hier geht es nicht mehr darum, dass die einzelnen Religionen sich versammeln, sondern hier sollen Christen, Muslime und Juden beten können unter einem Dach im House of One als ein gelebtes Zeichen der Offenheit, der Friedensliebe und des Miteinander. Alle in einem Haus, einem Bethaus für alle.